Hört auf, so was zu sagen. Hört auf, so was zu sagen. Es ist leider in China hergestellt. Ich reagiere jetzt einfach nur auf Black Friday Pickups, ne? Also ich hab, ich hab, meine letzten 5 Reactions waren alle nur Black Friday Reactions und jetzt gehen wir rein in die nächste und zwar vom lieben David. Er hat nämlich XL Black Friday Ladies Pickups hochgeladen. Geht nur 8 Minuten, ist ganz knackig. Steppen wir rein, let's go. Wir haben ja noch nicht genug Black Friday Pickups geguckt. Mein letztes Ladies Pickup Studio ist schon ein bisschen her und es haben sich ein paar neue Sachen angestaut, die ich euch gerne zeigen würde. Und wie immer sind ein paar Crazy Banger bei, deswegen bleib bis zum Schluss dran. Und damit was geht, willkommen zum neuen Video. Heute geht's wie gesagt um meine latest Pickups. Es fehlen immer noch 2 Pakete und zwar von Moskets und Trendvision. Da werde ich dann einfach, sobald die Pakete da sind, ein extra... Boah ja man, Trendvision, Trendvision warte ich auch noch, äh, lang... Also warte ich auch noch drauf. Ich bin auf so viel mittlerweile, ne? Hier, könnt ihr in der Sipphaus mittlerweile auch angekommen. Aber ich krieg noch eine Mecca-Jacke zum Beispiel, die schwarze. Und noch irgendwas anderes. Ich glaub, ja, es kommt noch. ... Video machen, wo ich die Sachen eben einzeln... Robster, Ron und Loud, Wien kann was werden, kommt aus Line-Up an. Aber ich, irgendwie, ich denk nicht. Und ich denk auch nicht, dass ich hingehen werde. Unboxe. Soweit ich weiß, gibt's bei Moskets nämlich Zollproblemen. Bei Trendvision weiß ich nicht genau. Da hab ich eben grad ne Order-Bestätigung bekommen von 2 Artikeln. Ich hab am Instagram 4 Stück bestellt, deswegen vielleicht wieder separat verschickt. Obwohl ich extra drauf geachtet hab, dass es keine Pre-Order ist. Aber egal, die anderen Pickups sind bereits da und wir fangen direkt an. Fangen wir auch direkt mit dem ersten Pickup an. Und zwar ist es nicht mein Handy, das hab ich schon ein bisschen länger. Aber zwar diese Hülle... Ist das iPhone 5 zu Pro? In Platin? Fresh. Und Nudiant ist halt dieses standard geriffelte Case. Ich hab mir das hier diesem Kaki Colorway geholt. Fand ich sah ganz nice aus. Und er füllt... Apple Hüllen auf die 1. Und das ist, by the way, ne wunderschöne Kombi. Ne, die Hülle mit dem Handy. Farbkombo 10 von 10. Ist eigentlich Ironie, weil Apple Hüllen sind eigentlich der größte Schmutz. Also Apple Hüllen sind Real Talk der größte Schmutz. Das ist geistkrank. Die sind so arsch, diese Hüllen. Aber man muss sagen, es ist halt einfach clean. So. Aber es ist trotzdem der größte Hüllen. Also ich kann relate mit manch anderer Hüllen gekauft. Mit seinen Zwecken war er in Black Friday auch im Sale. Kostet aber trotzdem immer noch um die 30 Euro. Deswegen echt viel für den Case. Aber hat sich bis jetzt echt garantiert. Für diejenigen, die die Vlogs gesehen haben. Unter anderem nämlich den Köln Vlog. Wir wissen, dass ich auch ein paar Vintage-Pickups gemacht habe. Unter anderem nämlich einmal hier diese Jacke. Ist so eine Art College-Jacke, würde ich sagen. Hat aber eher diesen Canvas-Stoff. Und gibt mir auch so ein bisschen vom Fit her Vibes wie so eine Bomberjacke. Und ihr seht schon, wir haben einmal hier hinten so einen riesigen Backprint drauf. Exhibit Management LSE. Weiß nicht, ob das ein Backprint oder ein Backstick ist. Sieht mir aber eher nach einem Backstick aus, oder? Das ist, glaube ich, alles gestickt. Keine Ahnung, was es am Ende für eine Firma ist. Ich hoffe, nichts Schlimmes. Und hat halt eben diesen Tutor-Optik. Das heißt, wir haben den Hauptbody mit so einem schönen Navy-Bloy. Was auch einen Ticken auch... Boah, muss ich angezogen sehen. Er kann eigentlich cool kommen, aber er kommt auf den Füttern. Ausgewaschen ist. An den Seiten dieses beige-cremefarbene, was ich echt nochmal absetzt. Und halt eben die Bündchen sind eben in schwarz gehalten. Hier vorne nochmal das Firmen-Tag quasi drauf. Und der Name Libby. Wer auch immer Libby ist, Shoutouts. Stimmt, das ist ja wahrscheinlich für irgendeine Mitarbeiter einfach die Jacke. Shoutouts Libby an der Stelle. Auf der Innenseite ist sie eben auch nochmal so gesteppt und gefüttert. Hält auf jeden Fall auch ein bisschen warm. Vielleicht nichts jetzt für die kalten Tage, aber für den Übergang sehr nice. Dann habe ich gezahlt 45 Euro, was echt ein fairer Preis ist. Und so habe ich das Ganze gestylt. Ist auch ein Post auf Instagram. Ja, ist cool. So mit diesem Gelbstich in den Ärmeln, Gelbstich in der Hose, Gelbstich in den Boots. Ja, ist cool. Online checkt das gerne ab. Jacke könnt ihr halt eben so nicht mehr bekommen, weil die wie gesagt vintage ist. Und wenn wir schon bei den Vintage-Pickups sind, habe ich mir noch hier so ein Flanellhemd geholt. Hat ja so eine beige-gräuliche... Boah, mit Flanellhemden kriegt ihr mich nicht, ne? Flanellhemden geben mir immer so... Ich weiß nicht, ich muss bei Flanellhemden immer an diese Zeit denken. Wer kommt aus der Zeit, wo die Jungs hier im Trend waren? 2015, glaube ich. Ich habe... Digga, geistkrank. Jeder hatte dieses Hemd. Jeder. In der Schule. Ich habe gedacht, ich wäre der krasseste mit diesem Hemd. Das war geistkrank. Aber ich weiß nicht. Also ich weiß, ähm... Flanellhemden sind auch wieder am Kommen und dies und das. Und die sind auch safe cool so. Aber ich persönlich sehe mich irgendwie nicht in so einem Flanellhemd. Ich weiß nicht. Die Optik, was mir auch richtig gut gefällt, ist mir vielleicht auch ein Ticken zu klein. Aber ich ziehe da meistens eh drunter einen Longsleeve. Das heißt, das Longsleeve... Boah, ne, davon bin ich auch nicht so ein Fan. Hier so Longsleeve-Ärmel aus Hemd rauslassen? Weiß ich nicht. Ich gucke nochmal unter den Ärmeln raus. Und das finde ich hat einen richtig coolen Look. Schau dann auch nochmal unten raus. Habe ich mir auch in Köln geholt. Hat 15 Euro gekostet. Ah, kann man nichts gegen sagen. Und ich finde, für den Preis ist es echt ein super Pick-Up. Gerade weil der Stoff auch relativ dick... Ich finde aber die Farbcombo geil. So mit diesem leicht rot-mäßigen, grün-mäßigen, creme-mäßigen... Ist und kann man auch super zum Layern benutzen. Deswegen, das war Pick-Up Nummer 2. Ja, dieses Golden checke ich irgendwie auch nicht. Warum steht hier immer Golden? Und wie ihr in den letzten Videos schon bereits gemerkt habt, ist die Videoqualität ein bisschen besser geworden. Dass ich mir endlich eine Kamera geholt habe. Und zwar die Sony ZV-E10 in diesem Vlogging-Kit. Die hat auch unter anderem Yoshi. Und da habe ich mir gedacht, wenn der die hat, müsste die ja relativ gut sein. War ein Black Friday runtergesetzt. Das habe ich anstatt 850, 550 Euro gezahlt. Ist eine Menge Geld. Aber ich habe mir gedacht, es ist ein langfristiges... Ja, ist gut, die Kamera. Aber ich glaube, das war ein Cap-Black-Friday-Deal. Weil ein Kollege von mir hat sich die, ich weiß nicht, im März oder im April auch gekauft. Und der hat, glaube ich, auch 500 Euro dafür gezahlt. Und da war halt nicht Black Friday. Deswegen glaube ich, das war ein Cap-Black-Friday-Deal. Aber es ist eine gute Cam-Save zum Vloggen und so weiter. Vollkommen okay. Ich muss aber sagen, ich fühle diese Wave mit Kameras vloggen gar nicht. Also ich bin ja jemand, ich vlogge ja extrem viel. Bzw. kann ich jetzt möglichst aus Erfahrung reden. Weil ich habe auch eine Zeit lang mit einer Kamera gevloggt, die jetzt aktuell meine Streaming-Kamera ist. Ähm, ich muss sagen, vloggen mit Handy ist die Wave. Das ist die Wave mit dem Handy. Erstmal ist die Qualität mittlerweile so geisteskrank gut, dass du nicht mal einen krassen Unterschied merkst in einer Kamera. Und es ist einfach viel entspannter. Digga, das ist immer in der Hand. Es ist leicht. Du kannst easy halten. Du kannst easy switchen. Dies und das. Und so ist es einfach entspannt. So eine Kamera, also Kamera bockt halt gar nicht. Da musst du immer noch eine externe Tasche mitnehmen. Da musst du die immer, wenn du, wenn du auf spontane Szene rausholen machen willst hier. Und das gerade, was ganz, ganz schnell, musst du erstmal rausholen. Musst die erstmal starten. Musst erstmal zack, zack, so. Handy aus, runter, zack und direkt los. So, das ist irgendwie, ich weiß nicht. Es ist einfach entspannter. Und es ist auch ein bisschen einfacher, damit in Läden zu filmen. Weil, wenn ich jetzt als Beispiel in den Balenciaga-Store reingehe, mit einer Kamera, dann ist direkt so dieses, alle gucken mich an und keiner weiß so, ne. Und was macht er da? Bitte nicht filmen. Aber wenn ich mit meinem Handy kann ich so easy auf Undercover, so wenn ich das halte, so ein bisschen Aufnahmen machen. So zack, zack, zack. Ja, so ist einfach entspannter. Nicht bei allen Handys ist die Qualität auch nicht immer gut. Und, ja, aber deswegen würde ich lieber, vor allem als Creator, in ein krasses Handy investieren, als in eine krasse Kamera. Also, in eine, also, wisst ihr? Keine Ahnung. Außer macht jetzt noch normale Videos. So, er macht ja auch normale Videos. Dafür ist das vollkommen nice. Dagegen sage ich auch nichts. Ich werde jetzt auch nicht mit deinem Pick-Up schlecht reden. Aber ich meine nur zum, es geht jetzt nur um dieses Vloggen. Ich habe jetzt für meine normalen Videos, habe ich auch eine Kamera. Da Vloggen mache ich auch nicht mit dem Handy. Das sind ja auch mit einer normalen Kamera. Es geht jetzt wirklich nur um das Vloggen. So ein Vloggen finde ich mit dem Handy einfach entspannter. Investment, einfach um die Videoqualität eben zu verbessern. Und man hat auch diesen E-Mount-Objektiv-Aufsatz. Das heißt, ihr könnt da auf jeden Fall die meisten Objektive einfach wechseln. Ich werde mir auch demnächst noch ein Weitwinkelobjektiv holen. Was, glaube ich, relativ nice ist für die Vlogs. Deswegen, falls ihr euch mit Kameras... Ja, für Vlogs, Weitwinkel, sehr stark. Sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Und ihr ein relativ preiswertes Weitwinkelobjektiv kennt, für Vlogs unter anderem. Ey, Bro, ich kann dir ein preiswertes empfehlen. Und zwar, zieh dir doch einfach mal, ist echt ein krasses Weitwinkelobjektiv. Zieh dir einfach mal das Sony G-Master 16,35. Sehr starkes Weitwinkelobjektiv. Kostet auch nur 1,8. Ist ein gutes Ding. Hab ich auch. Digga, ich hab viel mehr dafür gezahlt. Warum gibt's das für 1,8? Digga, ich hab da geistkrank viel Geld für ausgegeben. Also, ist immer noch unnormal teuer. Aber es ist auch wirklich eines der krassen Objektivities gibt. Aber, Digga, ich hab viel mehr dafür gezahlt. Ist ja frech. Das fack mich gerade ein bisschen ab. Nur 1,8? Nein, also nur 1,8 für das Objektiv. Digga, ich hab dafür, glaub ich, 2.200 oder 2.300 Euro ausgegeben. Aber es ist geil. Also, das ist mit eines der krassesten Objektive. Also, es ist auf jeden Fall das krasseste Weitwinkelobjektiv. Also, 100% ist auch mit eines der krassen Objektive, die es gibt. Just saying. Ich lasse gerne mal in den Kommentaren wissen. Ich bin auf eure Hilfe immer angewiesen. Ich würde mich sehr freuen. Die Kamera kam eben noch mit dem Windschutz. Und halt eben noch hier so in der Tasche. So wie mit einer SD-Karte. Was eigentlich recht nice ist. Aber um auf die Kamera zurückzukommen, ist wirklich eine gute Kamera, die er sich gekauft hat. Also, Starbio Pickup. Das Travel, dass man hier nochmal so ein extra Bag machen kann. Dann konnte ich mir in Komparation mit JD folgende Schuhe aussuchen. Und zwar sind das diese New Balance 2002 Air in diesem braunen, schwarzen Colorway. Digga, ich hab auch die Tage eine DM wieder von JD Sports bekommen. So wacke Schuhe. Ich dachte mir erst so, okay, komm. Ja. Ich hör's mir mal an so. Welche Schuhe wollen die mir geben? Ich hör's mir einfach mal an. Digga, so wacke Botten. Aber ich, äh, wo ist denn der Chat? Ah, ne, doch nicht. Hä? Wo ist denn jetzt dieser... Ah, hier. Hier, hier, hier. Digga. So wack. Ich dachte mir so, boah, geil, ne. Ich krieg Schuhe auf JDs Nacken und so. Let's go. Geil. Adidas Superstars Gore-Tex. Let's go. Da war jetzt ein Midsoul, welchen ich richtig cool finde. Ich hab mir noch Sail Laces reingemacht von Lace Grip. Weil da auch immer einige fragen, wo meine Laces her sind. 2002 Air hat man ja natürlich echt oft gesehen. Ich finde, das ist aber ein super bequem. Cooler Schuh. Ein Schuh, die auf offene nicht ganz so weite Hose echt extrem nice aussehen. Gerade mit so blauen Tönen, aber auch grün und schwarz. Sieht das echt nice aus. Ist halt eben eine Runner Silhouette, die ich eh schon mal... ...die ich eh schon mal die ganze Zeit haben wollte. Also ich weiß nicht, wie seine JD-Placements da, wie seine Konditionen sind. Aber wenn ihr die for free bekommen habt, dann ist es doch entspannt. Cooler Schuh für umsonst. Und den kann ich euch echt empfehlen. Apple Red gucken wir uns gleich an. Nächstes Pickup wäre hier diese Tasche. Und zwar seht ihr schon, ist natürlich ganz groß draufgeschrieben. Ist die von CS The Label. Ist so eine riesige Toatbag mit dem Connectivity-Logo hinten nochmal drauf. Ist halt eben eine basic schwarze Toatbag, die ich immer benutze, wenn ich zum Beispiel verreise. Oder halt eben Fitpics für Instagram mache und ein paar mehr Outfits mitnehme. Ist jetzt nichts krass Besonderes, aber auf jeden Fall nice to have. Deswegen danke auch an Aaron fürs Zuschicken. Weekday hatte entweder einen Black Friday oder einen Ticken davor auch einen guten Sale. Ich glaube, es war sogar mit Studierabatt. Und zwar habe ich mir dann natürlich wieder meine Jeans geholt. Ist, glaube ich, auch super bekannt. Und zwar ist das diese Time Bootcut Jeans. Die hier mir diesen dunkelblauen Colorway geholt, der an den Knien relativ ausgewaschen ist. Und gerade mit diesem braunen Ziernähten gefällt mir das echt gut. Ich trage hier eine Size... Was trage ich denn? Ich trage hier eine 33, 32. Und theoretisch hätte ich auch hier eine 34er länger tragen können. Aber ich wollte auch, dass ich nicht so übelst krass auf dem Schuh stecke. Weil ich einfach mal wieder eine Jeans haben wollte, die wirklich mal perfekt passt. Und der Look gefällt mir persönlich ziemlich gut. Wenn ihr oben an den Oberschenkeln echt nicht so weit sitzt, gefällt mir das wirklich gut. Und ist einfach mal wieder so ein bisschen... Zeig mal fit, zeig mal fit. Ist ja eine andere Silhouette. Allgemein Bootcut Jeans finde ich immer noch sehr nice. Und so sieht das Ganze bei mir nochmal angezogen aus. Hä? Wie ist cool. Wie ist cool. Sehr coole Hose. Wie gesagt, auf 1,85 und 82 Kilo. Trage ich dann eben eine 33, 32. Da habe ich euch dieses Vanellheim von Returnity auch schon mal vorgestellt. Und zwar in dem Black Friday Video, meine ich. Das fand ich ultra, ultra cool, weil es auch diese leicht haarige Optik hat. Und mit diesem karierten Muster gefällt mir es echt nice. Gerade mit den Double Pockets. Und die Qualität bei Returnity ist echt krass. Und auf der Innenseite ist es auch nochmal gesteppt. Das heißt, es hält auch echt gut warm. Ja, ist ein sehr cooles Vanellheim. Das habe ich auch. Trage ich eine Size L auf 1,85 und 82 Kilo. Und allgemein gibt es jetzt nicht so viel zu sagen. Ich hatte einen relativ normalen Regular Fit. Etwas oversized. Habe ich freundlicherweise zugeschickt bekommen. Deswegen steht hier oben wieder unbezahlte Werbung. Dann habe ich auch neuen Stuff von Warp Scents bekommen. Und zwar einmal diese Kette. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Mit der St. Maria drauf. Die auch wirklich echt nice aussieht. Ist halt eben so eine Pendant Chain. Und dann habe ich mir eben noch dieses Paperclip Armband. Digga, von Warp Scents habe ich das auch. Also ich hatte jetzt das erste Mal mit Warp Scents auch ein Placement. Im Black Friday Deals Video und auch im Black Friday Let's Pickup Video. Es war ein Placement mit Warp Scents. Echt cooler Schmuck. Ist echt cool. Also ich hatte vorher noch nie was von denen. Der Schmuck ist echt nice. Also echt cool. Und geholt, was auch echt nice aussieht. Deswegen holt euch unbedingt Schmuck. Weil ich finde, es werdet ein Outfit immer noch auf. Ich bin noch am überlegen, ob ich vielleicht noch Ringe holen soll. Aber da bin ich noch nicht so ganz sicher, ob mir das am Ende steht. Muss ich aber einfach mal ausprobieren. Dann habe ich mir in der Zeit auch noch dieses Longsleeve zugelegt. Und zwar ist das von Rare Humans. Ist halt eben... Äh, finde ich ultra wack. Ich weiß nicht. Ich habe es irgendwo schon mal gesehen. Ich bei ihm irgendwo... Irgendwo habe ich es schon mal gesehen. Finde ich irgendwie gar nicht. Es gibt mir so... Ich weiß nicht. Also nicht Disrespect jetzt. Aber es gibt mir irgendwie so... Ich weiß nicht. Ach, ich kann es nicht beschreiben. Komplett schwarz. Hat einen leichten Oversized-Fit und schön cropped. Das gefällt mir echt gut. Frage ich auch eine Size L auf 1,85 und 82 Kilo. Und man hat halt eben hier vorne diesen, ja, Stern drauf. Und eben noch das gelbe Logo, was jeweils gestickt ist. Auf der Rückseite ist das Ganze komplett clean gehalten. Das gefällt mir richtig gut. Noch nicht zu dünn und nicht zu dick. Also es hat echt eine schöne Stoffdicke. Und ist, soweit ich weiß, auch immer noch in Stock. Und eine Sache, die ich eben in den Weekday-Sachen vergessen habe, ist der Carding. Nachdem ich echt oft gefragt wurde, und zwar ist das... Der ist so hart. Der ist so hart. Ja, und Sennart auch. Der ist so fucking hart. Ich feiere den Geist krank. Dieser hier. Habe ich auch im TikTok zugemacht. Eigentlich eine Size XL auf 1,85 und 82 Kilo. Und dieses grüne, gräuliche. Gefällt mir richtig gut. Man hat diese Art Mohair-Optik. Ist nicht ganz so krass, würde ich sagen. Wie so richtige Mohair-Sachen. Geht auf jeden Fall in eine coole Richtung. Fällt wirklich perfekt. Geht auf jeden Fall eine Size ab, weil der relativ cropped sitzt. Und gibt es auch nicht viel zu sagen. Aber Carding ist auch echt underrated. Und ich freue mich echt schon drauf, wenn mal Streetwear-Markt mehr Cardigans bringt. Da gibt es teilweise echt coole Sachen. Und gerade zum Layern wirklich perfekt. Und ist auch super angenehm und weich zu tragen. Ich glaube, der Colorway ist leider sold out. Aber es gibt noch zwei andere. Unter anderem schwarzen, der auch echt nice ist. Und das wäre es auch dazu. Für diejenigen, die mein Colors Glowing Company Video gesehen haben, wissen wir noch, was jetzt noch kommt. Und zwar habe ich nur diesen Lid-Sweater behalten. In dem braunen Colorway. Weil Colors hat halt eben den Warehouse-Sale. Und der ist halt super ausgewaschen, wie ihr sehen könnt. Hauptsächlich am... Colors ist auch so eine starke Brand, ne. Ich habe auch mittlerweile echt viele Pieces von denen. Auch Pinkus hat mir schon ein paar Mal was rübergeschickt. Deswegen Shoutouts Pinkus. Die Sachen sind wirklich echt nice. Und unten am Bund ist der noch dunkel. Ist, wie gesagt, der brauner Colorway. Hat er hier aber ein bisschen lang aus, oder? Diese Raglan-Optik trage ich eine Size M auf 1,85. Ich habe sogar fast eine Size S genommen. Weil der wirklich sehr lang fittet. Trotzdem gefällt er mir richtig gut. Und man kann den Bund auch wieder einschlagen. Was ich auch oft gesehen habe, ist, dass man halt, wie gesagt, einfach mal Reversible tragen kann. Will ich auf jeden Fall auch mal ausprobieren. Kann, glaube ich, recht cool aussehen. Und ansonsten habe ich dafür, glaube ich, um die 60 gezahlt. Oder um die 55 sogar. Wie gesagt, weil halt eben Warehouse-Sale war. Aber dazu gibt es auch ein extra Video. Deswegen checkt das gerne ab, falls ihr da noch mehr Infos braucht. So, kommen wir jetzt auch schon zu den letzten beiden Sachen. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ansonsten seht ihr es einfach am nächsten Lattest-Pickups-Video. Und zwar wäre es nämlich von Moonland Mansion. Einmal dieser Archives-Hoodie, der auch super bekannt ist. Eigentlich hatte ich mir den Beigen aus. Der ist, äh, der ist sehr, sehr cool. In Fire Shard. Besucht, habe aber leider den Grauen bekommen. Aber auch sehr cooles. Vom Fit her gefällt er mir auch wirklich richtig gut. Schön cropped, aber trotzdem stackende Ärmel. Hier trage ich auch noch eine Size L auf 1,5,8. Wie diese Raglan-Optik und dem Logo hier vorne. Das ist echt ein ganz cooler Look. Nichts, was man noch nie gesehen hat. Er wurde ja auch noch mal gerestockt. Aber auf jeden Fall nice to have. Und passend dazu habe ich auch noch die Jogger bekommen. Ich habe mir die hier in diesem Pacific Ocean Blue ausgesucht, würde ich mal behaupten. Das ist sehr kass. We don't do 3 Stripes, we do 2 Stripes. Let's go. Ich finde, die gibt mir viel zu sehr Adidas-Vibes irgendwie. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Der Colorway ist, hat halt eben das Moonlight-Menschen-Logo hier vorne drauf. Und an der Seite noch mal diese 2 Stripes. Ist jetzt auch nothing too special. Qualität ist auf jeden Fall echt in Ordnung. Fit gefällt mir auch gut. Da würde ich aber fast raten, euch eine Size Down zu bestellen, weil die echt wirklich groß ausfällt. Könnte auch hier unten wieder das Bein ein bisschen zuziehen mit so einem Gummibund. Klickpunkt dabei ist, dass die Hose leider in China hergestellt wurde. Das habe ich vorher nicht gecheckt. Muss ich ehrlicherweise sagen. Die meisten Sachen, die in China halt hergestellt wurden. Hört auf, so was zu sagen. Hört auf, so was zu sagen. Es ist leider in China hergestellt. Digga, es gibt in China Produktionen, die ficken die Punkt, Punkt, Punkt von Produktionen in Portugal oder in Istanbul. Und ich sage das nicht, weil ich in China produziere. Ich produziere in der Türkei, nicht in China. Ja, aber viele Leute denken, dass nur weil auf einem Tag China steht, dass es dann Kacke ist. Digga, China ist auf so einem kranken Level, was Textilproduktionen angeht. Die haben so geistkranke Produktionen. Die können so geisteskranke Qualität abliefern. Natürlich gibt es auch Scheißproduktionen. Es gibt auch Kackproduktionen und Kackbedingungen und Scheißarbeitsrechte. Aber China hat auch Produktionen mit guten Arbeitsrechten, mit guten Löhnen, mit guten Mitarbeitern, mit guter Qualität. Ich habe mich da sehr, sehr krass lange auch unterhalten mit vielen Leuten, auch unter anderem mit Tu. Die waren jetzt auch in Asien, in China haben sich Produktionen angeschaut, bla, bla, bla. China ist underrated. Das Einzige, was bei China halt abfuckt, ist der Versand. Das ist halt geistkrank ekelhaft. Die Kommunikation ist ekelhaft. Und deswegen greifen die meisten auf Istanbul oder Portugal zurück. Aber es gibt in China auch sehr gute Produktionen. Es gibt aber auch Scheißproduktionen. Ich will jetzt nicht sagen, dass alles in China gut ist. Aber man sollte nicht nur, weil auf dem Text China steht, direkt sagen, ja ne, ist leider in China so. Weil, Bro, China hat sehr, sehr gute Produktionen. Ich weiß jetzt nicht, wo das produziert wurde, aber China macht man auch nicht unbedingt was mit falsch. ...gestellt werden, sind unter echt schlechten Arbeitsbedingungen. Das habe ich wirklich nicht bedacht. Klar wird das bei den Zara-Sachen jetzt auch so sein. Deswegen, da probiere ich größtenteils immer drauf zu achten. Bro redet über schlechte Arbeitsbedingungen. Hat er nicht eben noch eine Hose von Weekday vorgestellt? Warte mal, ich habe doch auch eine Weekday-Hose. Die ist in Bangladesch produziert. Ja, let's go. Also, Bro will mir... Fackt sich gerade darüber ab, dass er die Hose gekauft hat. In China und schlechte Arbeitsbedingungen hat er aber vor zwei Minuten eine Weekday-Hose vorgestellt, die in Bangladesch produziert wurde. Let's go. Manchmal geht es halt eben auch unter. Warte, bis er herauskommt, wo sein iPhone-Case her ist. Also, kein Hate an David. David, super Typ. Aber, habe ich jetzt auch nicht ganz gecheckt, die Wave. Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass das gut ist, das zu kaufen. Natürlich hat er recht. So, Bangladesch oder wo auch immer. Oder auch in China gibt es sehr schlechte Arbeitsbedingungen. Aber es war gerade ein bisschen doppel... Ach, scheiß drauf. Scheiden, da bin ich nicht der Moral-Apostel letzten Endes. So, habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube, das war... Genau. Doppelmoral. Das Wort hat mich. Ich bin nicht das Wort gekommen. Doppelmoral. Also, deswegen schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welches euer Favorite-Pickup war und was ihr euch vielleicht in der Black Friday Week geholt habt oder was ihr euch sonst abseits in letzter Zeit geholt habt, würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Und wie am Anfang bereits erwähnt, die Transvision-Sachen und Moskets-Sachen kommen dann einfach an einem Extra-Video. Ich hoffe, das kommt irgendwann mal bald an. Und im besten Fall noch vor Weihnachten, weil das wäre echt bodenlos. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Abonniert den Kanal, um keine weiteren Videos zu... Ja, checkt ihn gerne ab. Lasst ein Like da, schreibt einen Kommentar. Checkt David gerne ab, macht super Videos. Grüße gehen. Raus!